Und NBSP und NBSP der Europäische Stabilitätsmechanismus ist eine Finanzierungsinstitution mit Sitz in Luxemburg. Er wurde durch einen am 27. September 2012 in Kraft getretenen völkerrechtlichen Vertrag gegründet. Der ESM ist Teil des Euro-Rettungsschirms und wird die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität ablösen. Erster geschäftsführender Direktor ist der Leiter der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität Klaus Rieckling. Aufgabe des ESM ist es, überschuldete Mitgliedstaaten der Eurozone durch Kredite und Bürgschaften zu unterstützen, um deren Zahlungsfähigkeit zu sichern. Vorgeschichte Trotz der Gründung der EFSF im Juni 2010 setzte sich die Euro-Krise weiter fort. Neben Griechenland waren auch Irland und Portugal betroffen. Nachdem verschiedene Vorschläge wie die Einführung sogenannter Euro-Bonds oder die Einrichtung einer Staateninsolvenzordnung von mehreren Staaten, auch vehement von der deutschen Bundeskanzlerin Merkel, abgelehnt worden waren, beschlossen die Regierungschefs der Euro-Gruppe auf dem Gipfel des Europäischen Rates am 16. 17. Dezember 2010 den Art, 136er EU-Vertrag zu erweitern. Diese Vertragsänderung wurde am 2. Februar 2012 von den Botschaftern der Euro-Staaten unterzeichnet. Am 9. Dezember 2011 haben die Staats- und Regierungschefs der Eurozone vereinbart, Schritte in Richtung auf eine stärkere Wirtschaftsunion zu unternehmen, einschließlich eines neuen fiskalpolitischen Pakts und einer verstärkten wirtschaftspolitischen Koordinierung, die durch einen Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion umzusetzen sei. Der VSKS soll dazu beitragen, eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik in der Eurozone zu entwickeln, um eine dauerhafte, gesunde und stabile Verwaltung der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten und so eine der Hauptursachen der finanziellen Instabilitäten anzugehen. Der ESM-Vertrag und der VSKS-Vertrag sollen sich gegenseitig bei der Verstärkung der haushaltspolitischen Verantwortlichkeit innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ergänzen. Der ESM ist Ausdruck der Solidarität innerhalb der Europäischen Union, aber auch des Willens zur gemeinschaftlichen Selbstbehauptung in der internationalen Umwelt. Funktional ist der ESM ein Teil des Euro-Rettungsschirms. Ziel des ESM Mit dem ESM sollen zahlungsunfähige Mitgliedstaaten der Eurozone unter Einhaltung wirtschaftspolitischer Auflagen mit Krediten der Gemeinschaft der Euro-Staaten unterstützt werden, wobei auch anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Beitritt zu diesem Vertrag offen steht. Das wesentliche Instrumentarium des ESM sind Notkredite und Bürgschaften. Überschuldete Mitgliedstaaten sollen Kredite zu subventionierten Konditionen erhalten. Im ESM-Vertrag ist zudem festgeschrieben, dass jeder Mitgliedstaat der Hilfe durch den ESM erhält. Ein makroökonomisches Anpassungsprogramm umsetzen muss sowie eine tiefgehende Analyse über die Nachhaltigkeit seiner Staatsschuldensituation unternehmen soll. Rechtlicher Rahmen Der ESM wird begründet durch den Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus zwischen dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Estland-Irland, der Hellenischen Republik, dem Königreich Spanien, der Französischen Republik, der Italienischen Republik, der Republik Zypern, dem Großherzogtum Luxemburg-Malta, dem Königreich der Niederlande, der Republik Österreich, der Portugiesischen Republik, der Republik Slowenien, der Slowakischen Republik und der Republik Finnland. Dieser völkerrechtliche Vertrag wurde am 23. Januar 2012 von den Finanzministern der Euro-Staaten beschlossen und am 2. Februar 2012 wird durch die Botschafter der Mitgliedstaaten in Brüssel unterzeichnet. Inzwischen haben alle Unterzeichner Staaten den Vertrag ratifiziert. Die Finanzminister der Euro-Staaten billigten zudem am 14. September 2012 in Nicosia die vom Bundesverfassungsgericht geforderten Auflagen. Eine entsprechende interpretative Erklärung zum ISM-Vertrag hat das Bundeskabinett am 26. September 2012 gebilligt, sie wurde am 27. September 2012 von den Unterzeichner Staaten beschlossen. Damit trat der Gründungsvertrag am 27. September 2012 in Kraft. Der Vertrag bedurfte der Ratifikation, Genehmigung oder Annahme durch die Unterzeichner. Er trat an dem Tag in Kraft an, dem die Ratifikations-, Genehmigungs- oder Annahme-Urkunden von so vielen Unterzeichnerländern beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt wurden. Waren, dass deren Erstzeichnungen mindestens 90% der gesamten vereinbarten Zeichnungen ausmachten. Diese Bedingung wurde durch Hinterlegung der deutschen Ratifikationsurkunde am 27. September 2012 erfüllt und in Deutschland am 1. Oktober 2012 bekannt gemacht. Der europäische Stabilitätsmechanismus ist eine internationale Finanzinstitution. Er hat seinen Sitz und seine Hauptverwaltung in Luxemburg und kann ein Verbindungsbüro in Brüssel einrichten. Der ISM besitzt volle Rechtspersönlichkeit und ist uneingeschränkt rechts- und geschäftsfähig. Der ISM ist von jeglichen Beschränkungen, Zulassungs- und Lizenzierungspflichten, Wie sie sonst für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen gelten, befreit. Das anfängliche Stammkapital des ISM beträgt 700 Milliarden Euro. Laut den Bedingungen aus dem ISM-Vertrag entfallen auf Deutschland 190 Milliarden Euro. Wenn Deutschland die Anteile der ausfallgefährdeten Staaten Portugal, Griechenland, Irland, Spanien und Italien übernehmen muss, erhöht sich der Betrag um 113 Milliarden Euro. Die nachfolgende Tabelle zeigt die ISM-Mitglieder mit ihrem jeweiligen prozentualen Anteil am ISM ihrem gezeichneten und eingezahlten Kapital. Der ISM hat sich bisher zweimal am Finanzmarkt finanziert. Bei der ersten Auktion hatten die Anleger einen negativen Zinssatz von 0,0324 Prozent akzeptiert. Der ISM veröffentlicht einen Jahresbericht mit einem geprüften Jahresabschluss und übermittelt den ISM-Mitgliedern einen zusammengefassten Quartalsabschluss und eine Gewinn- und Verlustrechnung, die das Ergebnis seiner Operationen ausweist. Die Abschlussprüfer für den Jahresabschluss des ISM werden vom Gouverneursrat bestellt. Personen, die für den ISM oder in Zusammenhang damit tätig sind oder tätig waren, unterliegen einer beruflichen Schweigepflicht. Die Mitglieder des Gouverneursrats, die Mitglieder des Direktoriums und alle Bediensteten des ISM genießen Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer inamtlicher Eigenschaft, vorgenommenen Handlungen und Unverletzlichkeit hinsichtlich ihrer amtlichen Schriftstücke und Unterlagen. Im ISM-Vertrag selbst ist eine Ausstiegsmöglichkeit einzelner Mitglieder nicht vorgesehen. Eine völkerrechtlich akzeptierte einseitige Kündigung wäre damit nur unter außergewöhnlichen Umständen gemäß Artikel 54 FF. Der Wiener Vertragsrechtskonvention möglich. Aufbau- und Abstimmungsregeln Der ISM besteht aus einem Gouverneursrat, einem Direktorium mit einem geschäftsführenden Direktor und aus anderen, für erforderlich erachteten Bediensteten. Der Gouverneursrat wird aus den für Finanzen zuständigen Vertretern der ISM-Mitgliedsländer gebildet. Jedes Mitgliedsland ernennt ein Mitglied des Gouverneursrats und ein stellvertretendes Mitglied. Der Gouverneursrat wählt aus seinen Kreisen einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden für eine Amtszeit von zwei Jahren. Erste der Vorsitzenden, nicht mehr Finanzminister seines Landes, wird neu gewählt. Mit der Gründungsversammlung des Gouverneursrates am 8. Oktober 2012 nahm der ISM seine operative Tätigkeit auf. Jedes Mitglied des Gouverneursrats ernennt ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied des Direktoriums. Das Direktorium soll gewährleisten, dass der ISM gemäß Vertrag und Satzung geführt wird. Es fasst die Beschlüsse, die ihm nach Maßgabe des ISM-Vertrags obliegen oder die ihm vom Gouverneursrat übertragen werden. Der geschäftsführende Direktor wird vom Gouverneursrat für fünf Jahre ernannt. Eine einmalige Wiederernennung ist möglich sowie die vorzeitige Beendigung der Amtszeit durch Beschluss des Gouverneursrats. Er muss Staatsangehöriger eines ISM-Mitgliedslandes sein und darf nicht dem Gouverneursrat oder dem Direktorium angehören. Für den geschäftsführenden Direktor ist ein Grundgehalt von 324.000 Euro brutto jährlich vorgesehen. Der geschäftsführende Direktor vertritt den ISM nach außen, führt die laufenden Geschäfte und steht allen Bediensteten des ISM vor. Er ist für die Organisation Ernennung und Entlassung der Bediensteten nach Maßgabe der vom Direktorium zu beschließenden Beschäftigungsbedingungen zuständig. Bedienstete des ISM werden vom geschäftsführenden Direktor ernannt oder entlassen. Ihre Gehälter und sonstigen Bezüge unterliegen einer internen Steuer zugunsten des ISM. Vom Tag der Erhebung dieser Steuer an sind diese Gehälter und Bezüge von der jeweiligen nationalen Einkommenssteuer befreit. Ende 2012 sollen beim Rettungsfonds zunächst rund 75 Angestellte arbeiten. Für leitende Angestellte sind Gehälter von 64.000 bis 167.000 Euro vorgesehen. Der ISM-Vertrag enthält komplexe Abstimmungsregelungen für Beschlüsse des Gouverneursrates und des Direktoriums. Gemäß Art 4 sind der Gouverneursrat und das Direktorium beschlussfähig, wenn zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind, auf die mindestens zwei Drittel der Stimmen entfallen. Gemäß Art 4 Abs 7 entsprechen die Stimmrechte eines Landes der jeweiligen Beteiligung des Landes am ISM. Besteht Beschlussfähigkeit entscheiden das Direktorium bzw. der Gouverneursrat in gegenseitigem Einvernehmen mit qualifizierter Mehrheit oder mit einfacher Mehrheit. Eine qualifizierte Mehrheit verlangt 80% der Stimmen. Entscheidungen in gegenseitigem Einvernehmen verlangen grundsätzlich Einstimmigkeit, werden aber durch abwesende Mitglieder und Enthaltungen nicht verhindert. In dringlichen Fällen erfordert eine Entscheidung in gegenseitigem Einvernehmen eine Zustimmung von nur 85% der abgegebenen Stimmen. Gemäß Art 5 Abs 5 setzen die meisten grundlegenden Entscheidungen des Gouverneursrates Entscheidungen in gegenseitigem Einvernehmen voraus. Aufgrund dieser Regelungen können Deutschland und Frankreich, welche über 26,9616% bzw. 20,2471% der Stimmrechte verfügen, Beschlüsse in gegenseitigem Einvernehmen und Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit verhindern, sofern die jeweiligen Vertreter an der Sitzung teilnehmen und mit Nein stimmen. Italien verfügt über 17,7917% der Stimmrechte, somit kann auch Italien Beschlüsse in gegenseitigem Einvernehmen verhindern. Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit können von Italien jedoch nicht verhindert werden. Alle weiteren Länder können weder Dringlichkeitsbeschlüsse in gegenseitigem Einvernehmen verhindern, noch Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit. Da eine Enthaltung einem Beschluss in gegenseitigem Einvernehmen nicht entgegensteht, verpflichten 4 und 5 des ISM-Finanzierungsgesetzes die deutschen Vertreter im Gouverneursrat und Direktorium, einen Vorschlag ausdrücklich abzulehnen, sofern nicht der Deutsche Bundestag oder sein Haushaltsausschuss einen zustimmenden Beschluss gefasst hat. Finanzielles Risiko für die Bundesrepublik Deutschland Der ISM-Vertrag scheint das finanzielle Risiko Deutschlands auf 190 Milliarden Euro zu begrenzen. Im Sommer 2012 bestritt der Universitätsprofessor Stefan Homburg jedoch die Existenz einer Haftungsobergrenze. Nach Ansicht Homburgs konnte die Haftung Deutschlands ohne Vertragsänderung beliebig erhöht werden. Dieser These trat der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen Steffen Kampeter entgegen. Der leitende Redakteur Rainer Hengt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verglich die Positionen und unterstützte Homburgs Kritik. Aufgrund dieser Debatte forderte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 12. September 2012 zusätzliche völkerrechtliche Regelungen, um Haftungsrisiken auszuschließen. Die Bundesregierung entsprach dieser Maßgabe, indem sie den Vertragspartnern eine Auslegungserklärung vorlegte. Darin wird bekräftigt, der ESM-Vertrag sei so auszulegen, dass die Haftung auf den jeweiligen Anteil am Stammkapital begrenzt ist. Die Auslegungserklärung ist ihrem Wortlaut nach wesentliche Vertragsgrundlage, sodass eine spätere andere Auslegung nach völkerrechtlichen Grundsätzen zur Kündigung berechtigen könnte. Deutschland hinterlegte seine Ratifikationsurkunde erst, nachdem alle Vertragspartner die Auslegungserklärung unterzeichnet hatten. Die finanzielle Gesamthaftung Deutschlands ist jedoch weit größer und ergibt sich aus der Beteiligung an den zahlreichen Programmen und Institutionen. Stabilitätshilfen des ESM Stabilitätshilfen des ESM können nach dem Wortlaut des Vertrags diejenigen Staaten erhalten, die den Fiskalpakt ratifiziert haben. Darüber hinaus führt der ESM die Programme der abgelösten EFSF fort. Der Vertragstext unterscheidet folgende Maßnahmen. Vorsorgliche ESM Finanzhilfen, Finanzhilfen zur Rekapitalisierung von Banken, Darlehen, Primärmarktunterstützungsfazilitäten sowie Sekundärmarktunterstützungsfazilitäten. Gemäß der Öffnungsklausel in Art. 19 kann der Gouverneursrat die vorstehende Liste beliebig erweitern. Entgegen dem Vertragstext, der ausschließlich Zahlungen an Mitgliedstaaten vorsieht, beschloss der Gouverneursrat am 8. Dezember 2014 eine auf Art. 19 gestützte einschneidende Erweiterung des Instrumentariums. Künftig kann der ESM Banken unmittelbar rekapitalisieren bzw. subventionieren. Der Ansässigkeitsstaat der unterstützten Bank wird nicht zwischengeschaltet und seine Staatsschuldenquote bleibt unverändert. Der Jurist Dietrich Moswig sieht diese Kompetenzerweiterung als Verstoß gegen den Vertrag. Im Folgenden werden die Programme in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Irland und Portugal. Diese beiden Staaten hatten ursprünglich Gelder von der EFSF erhalten. Die Verwaltung übernahm später der ESM. Das Programm für Irland wurde am 8. Dezember 2013 abgeschlossen, das Programm für Portugal am 18. Mai 2014. Spanien. Am 20. Juli 2012 sagte die Eurogruppe Spanien finanzielle Unterstützung bis zu 100 Milliarden Euro zu. Hiervon wurden 41,3 Milliarden Euro bis zum Abschluss des Programms am 31. Dezember 2013 ausgezahlt. Zypern. Am 24. April 2013 stimmte der Gouverneursrat grundsätzlich einem Programm für Zypern im Umfang von 10 Milliarden Euro zu. Hiervon sollen der ESM 9 Milliarden und der IWF eine Milliarde Euro übernehmen. Bis zum Abschluss des Programms am 31. März 2016 rief Zypern 6,3 Milliarden Euro ab. Griechenland 2015. Am 19. August 2015 beligten das Direktorium und der Gouverneursrat ein weiteres Programm für Griechenland im Umfang von 86 Milliarden Euro. Ein erster Teilbetrag von 10 Milliarden Euro wurde am folgenden Tag ausgezahlt. Ein erster Teilbetrag von 10 Milliarden Euro für Griechenland im Umfang von 10 Milliarden Euro.